Hallo Freunde, hier ist ihr Master Zero und willkommen zum Nintendo Direct vom 8.3.2018. Oh, ich bin so aufgeregt. Ohne Scheiß, eigentlich mein Richtiger direkt, nicht dieses Mini-Dingens. Mein Bullet Bill ist auch schon ganz aufgeregt hier. Sag Hallo. Nein. Also, wie ihr schon seht hier, ich habe nämlich hier runtergeladen. Ich habe sie mir natürlich nicht vorher angeguckt. Ich habe alles jetzt gerade in der letzten Stunde vermieden, was geht. Mein Handy ist auch schon die ganze Zeit am Brüllen, also wenn ihr es im Hintergrund hört, dann sorry. Aber ich habe Multimedia, Multimedia, Social Media komplett gemieden jetzt in der letzten Stunde. Sei es Twitter, sei es Discord, was auch immer. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Schönen mal Kopfhörer, damit ich auch alles höre. Hey, Professional Blues. Okay, dann zeigen. Ah ja, und noch irgendwas. Ich gucke mir noch dahinter, danach den amerikanischen Direct an. Vielleicht sind hier noch ein paar Kleinigkeiten anders. Das habe ich schon mal erlebt. Also, wenn irgendwas dahinter ist, werdet ihr es als erstes erfahren. Also, mal sehen, was Nintendo diesmal zu bieten hat. Also, ich gucke mir noch mal. Es ist die größte Reihe der Mikro-Games-Series in dieser Mikro-Games-Serie. Die nächste in der WarioWare-Serie kommt zur Nintendo-3DS-Familie von Systemen. Das heißt, es ist eine neue Weise zu spielen Wario's Strangely Satisfying Mikro-Games. Mit Classics und neuen Editions, es gibt 300 Mikro-Games zu besuchen, macht es die größte Entry in der Serie. Press buttons, Tilt die System, Use die Touchscreen, und Microphone. Nur Wario kann mit so vielen Kontroll-Schemen sein. Think fast. What playstyle is required for this one? Better figure it out, and dig that crazy action while it's hot. Hey, some familiar characters are rocking new looks. Oh! This is the most jam-packed game in the series yet. Just look at that face. Even Wario can't contain his wicked grin. WarioWare Gold launches July 27th. Mhm. Pulse-pounding races and battles await Dylan and your me. Race down enemy Grocks and rock them in battle to defend Frontier villages. Yes sir. Action meets tower defense in Dylans Dead Heat Breakers. Also von denen hab ich niemals was gespielt, aber kenn tu ich den? Will team up with your own animalized me character. Be strategic and use your whole team. What in tarnation? Your friends me characters can join the team as gunners. Well, you'll need their help to face each wave of transforming monsters. Who or what will you and Dylan get tangled up with? Never mind that. There's an enemy invasion to stop. And a Frontier in desperate need of some heroes. Dylans Dead Heat Breakers roll out on May 25th. In stores and on Nintendo eShop. Sieht so wie das interessant aus, muss ich zugeben. Are the brothers and Bowser still better together? Nintendo DS classic Mario and Luigi Bowser's Inside Story is back for more gut busting adventures. Ah, das bringen sie auch noch neu raus. Mario and Luigi have been tasked with finding a cure for the Bloorbs, a disease threatening all life in the Mushroom Kingdom. But, thanks to Fawful, both brothers have been devoured by Bowser. And so, their journey takes them deep into the belly of the beast, leaving Bowser to scour the kingdom for the cure. The only way forward is to change between the bros and Bowser. The big bad will even beef up for monstrous boss battles fit for a king. Take him down in this action-packed RPG. Ack-o-m-punch! Uh-oh. Ah, Junior! Okay, so first with the Minions and then with Bowser Jr. Ah, Detective Pikachu. Something about this Pikachu is a little different. He's gruff. You agree with me, don't you? Runs his mouth. Hey, don't boss me around! Likes coffee. This high-hat blend is as delicious as ever. And no one knows why. Welcome to Rhyme City, where humans and Pokemon usually live in harmony. But recently, Pokemon have been behaving oddly and running amok. Luckily, a boy named Tim and Detective Pikachu are on the case, facing each mystery head-on. Quick attack! Oh! 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 What was that? Did I do it? Shortly after this Nintendo break, the game will be available for pre-purchase on Nintendo eShop for Nintendo 3DS. Crack the case with Detective Pikachu when the game launches March 23rd. Oh, is this so bold? Oh my god! Don't talk to me and my son never again! Oh no! Luigi's Mansion! Neuer? Ne, er hat den Staubs... Oh no, is this a remake from the first part, or what? Oh no, is this a remake from the first part, or what? Nintendo GameCube Classic Luigi's Mansion has been remade for Nintendo 3DS. Okay. So, können wir's auch machen, anstatt ein ganz neues zu machen. Fans of Luigi's Mansion 2 can now explore the original mansion where Mario went missing. Luigi is something of a scaredy cat, but these classic ghosts and traps are no match for his vacuum cleaner. Besides, the mansion's map will be displayed on the bottom screen. Oh, this one with the middle card? Nice. If you work with the courage, fight the ghost of your past battles in the new boss rush mode. Luigi's Mansion for Nintendo 3DS launches this year. Okay, good. That's all for Nintendo 3DS headlines. Oh, that was it? Okay. How was it? Now, I'm going to introduce you to the Nintendo Switch title. First of all, Headline. Kirby can even make friends with Kills-Characters? Kirby's Star Allies finally launches next week. Na gut, da haben wir ja die Demo gespielt. Oh, wie cool! Yeah, Waddle Dee! Oh, das ist cool! Oh! Oh! Oh, mein Gott! Dich... Dich häng ich nur vom Sehen, Gui. Oh, Dreamland. Oh, da hab ich mich drauf geachtet. Oh! Oh, mein Gott, wie geil! Ah! Ah! Ah, ich freu mich so richtig auf das Ding. Oh, ja! Ein kurzer Reminder. Eine freie Demo ist jetzt auf Nintendo eShop auf Nintendo Switch. Was haben wir schon hinter uns? Oh, wie cool! Oh, wie cool! Ich muss zugeben, ich hab's nie gespielt. Das ist natürlich sehr gut. Das ist natürlich sehr gut. Okay, also es war jetzt auch der PS4 rausbekommen von der Weile und jetzt auch für die Switch. Okay. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Sushi Sprites! Oh! Oh, Online! Endlich mein Online Multiplayer! Ja, wow! Oh, schade. Oh! Endlich! Endlich mehr Infos! Was ist denn mit der Charaktere? Was liegt außerhalb des Horizons? In der Himmel und Dressa? Oh! 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 Orphan! Oh! Oh! In diesem Fall gibt es einen Grunde-Base-Job, aber in der Spielzeit kann man noch einen Job zu verspielen. Wenn der Tressa den Job an den Job zu verspielen, dann wird die Job und Abilität sehr großartig geschlossen. Ah, das sieht so cool aus. Stimmt, ich habe die Demo-Ler dann hier gespielt. Endes Release-Date! Ah, damit sind Juni! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin noch mal in der Münze. Ja, ich bin noch mal in der Münze. Oh! Bis zum nächsten Mal. Woha! Suplex, yeah! Co-op? Oh, wie cool! Amiibo? In the seemingly endless cycle of death, one clean victory becomes a moment you'll never forget. Now you can savor your accomplishments anytime, anywhere for the first time on console with Nintendo Switch. Ooh. Before launch, there's going to be a network test, so players can try the game. If this will be your first Dark Souls experience, welcome to a brave new world. Ooh. I'll try it. Separately, the Solaire of Astora Amiibo will be released. Oh, no! Praise the sun! Fun gesture with reckless abandon. Dark Souls remastered and the Solaire of Astora Amiibo launch on May 25th. Is this the only Amiibo that works? Oh, shit! How did you do it? How did you do it? Here I have one information. From the last day, my Nintendo Gold Point has been used in the Nintendo Switch in the eShop. Yeah. And this is the Gold Coin is only one cent. I'm going to use the Gold Point for your支援. So please use it. Please use it. However, the Nintendo Switch is still going on. So many points are still going on. But here I'm going to put a spotlight on Mario Tennis Aces and introduce yourself. Watch it. I forgot that they wanted to be with Mario Tennis Aces. An all-star roster of Mario-Series favorites is ready to rally in full-blown tennis battles. Using their most tactical tricked-out shots ever. Mario Tennis Aces. There are more than 15 playable characters, each with their own distinct characteristics. Oh, Bowser! The varied playstyles on the Nintendo Switch system allow up to four players to step onto the court together. To Fiat? Today we'll mainly cover the essentials of the refined tennis gameplay. There's a variety of shots to serve up. Like a basic shot. Top spin. Top spin. Slice. And a lob that'll zoom over your opponent's head. Just to name a few. Why not aim and then shoot? Okay. It lets you pinpoint any spot you want to aim at using motion controls and send the ball crashing down. Zoneshots are really powerful. So if you get hit by one, your racket will take some damage. Oh. So is this also? Ach, the first trailer. It's an instant KO. But don't give up hope. You can stop a zone shot with a block. Return a shot with perfect timing and you'll block protecting your racket. Ok. It's no slow motion. It was a little OP that's just right. That's where Zone Speed comes into play. Zone Speed? When using Zone Speed, the world around you moves in slow motion, allowing you to perform incredible feats. Ah, okay, okay. Get the new trickshot. If a ball gets away from you, you can jump over to knock it back. It's a risky maneuver. If you don't judge the timing or distance correctly, you may waste your energy or lose a point. But if you're successful, your energy gauge will get a big boost. Fill up your gauge and it's go time. Initiate your ultimate shot, the special shot. It will eat up your energy in a big way, but this thing can really turn the tide. It may even destroy your opponent's racket in one hit. However, not even a special shot guarantees a win. There's always a chance it could be blocked, so watch out. In these intense matches, every move you make presents a risk and hopefully a reward. Your energy gauge could be the key to victory. Will you use it for an offensive zone shot? Or use it for some defensive zone speed? Let's say you go for the zone shot. Will you go for a surefire point? Or will you try to destroy your opponent's racket and run the risk of getting blocked? Yeah. 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 Risk versus reward. Will you be the best part about Mario Tennis Aces? Purists rejoice. You can also play using simple rules, which means only basic shots are allowed. Online matchspieler! Woohoohoo! Events and online tournaments will be held frequently, allowing you to compete against other players. Matchmaking is based on your record during the event. As a participation bonus, you can get special outfits or even additional characters. What?! There's also Swing Mode, which allows you to use your Joy-Con like a tennis racket. Vorhand, Backhand, Slice, and Lock. This mode is perfect when you want to play the game casually with your friends and family, or just get your body moving. The game offers a refined approach to tennis gameplay, focusing on deep strategic payoffs. Plus, the story mode will offer other twists to the good old game of tennis. Mario Tennis Aces launches June 22nd. Ah, okay. Oh, and one last thing. As we approached the game's launch, we decided to hold a pre-launch online tournament. That way, you can try out Mario Tennis Aces for yourself. We'll announce the details at a later date, so please stay tuned. Cool! The Mario Tennis Aces has become a new Mario Tennis Aces. Please wait for your attention. Follow the way. And now, we're going to go to the headline of Nintendo Switch. Oh, what's coming out? Captain Toad is ready to explore other systems. Captain Toad Treasure Tracker is bound for Nintendo Switch. Es war, es wäre, es war zu perfekt, um es einfach auszulassen. Oh, wie geil! Oh, da war Pauline! By the way, did you know Captain Toad appeared in Super Mario Odyssey 2? Yep. The Nintendo Switch version can be played with a friend by sharing a pair of Joy-Con controllers. While one player controls Captain Toad, the other can assist with things like Turnip Cover Fire, so you can enjoy tracking treasure together. We also plan to release a Nintendo 3DS version with 3D visuals and touch screen controls. It feels like there's a box garden right in your hands. Oh, cool! Captain Toad Treasure Tracker launches July 13th. Es ist einfach zu sehr Sinn angeben, um es nicht zu machen. Hey, who turned out the lights? UNDERTAIN! UNDERTAIN! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, was muss ich haben? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Crash? Ich wollte schon sagen, weil sonst ist das auch Sony exklusiv! Ich wollte schon sagen, weil sonst ist das auch Sony exklusiv! So sie sehen, dass sie auf der TV sehen werden. Nein, gut! Also das ist die Insane Trilogy, okay! Okay! Das kam unerwartet! Oh ja, das ist so... Oh, das sieht ja ekelhaft aus, das Ding. Oh! Oh! Oh ja, das ist immer noch zinsiert. Oh ja. Okay. Oh, so noch was extra. Oh, so viele Überraschungen, definitiv. Okay, gut, davon wussten wir ja. Oh, doch früher als erwartet. Oh, doch früher als erwartet. Oh, cool. Oh, cool. Oh! 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 Oh, cool! But wait, there's even more Splatoon 2 news. Oh! Oh! This April, Splatoon 2 is getting an update. Version 3.0 is coming. Cool. Okay. A brief and briny taste of what's coming. Oh! 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 Ah, ein Künstler ist wieder dabei! Ah, wie cool! Was? Was ist das? Oh, shit! Ah! Oh mein Gott! The world of Splatoon 2 continues to evolve, so don't miss out! Now, a word from the Squid Research Lab. Check out their latest video! Oh, cool! Ist es das, was ich denke, was es ist? Oh, sie sieht süß aus. Da bist du abgeblieben, alter Sack! Oh, wer bist du denn? Oh! Was seid ihr alles? Oh! Was ist das? Ist das ein neuer Story-Modus, oder was ist das? Was ist das? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh Das ist ein Ika-Kentues. Wie war es? Wir haben jetzt den Spaltoon 2 gesehen. Es ist mir egal. Es wird gekauft. Einzelspieler Modus Octo Expansion. Okay, gut, fein. Tangua-Kentues好像 auf begle firet, eine Schraube-S reverb der Grundspasterzen, ein Sch territens umm heraldsvas. Als er craftsm명이? Da Nähe-Kentues tuning lässt sich um? Es gibt 4 Kilometer. Krieg undningerige Durchsch reconocer. Это nämlich sch space-T ول examples von Schlagn ! � Arbel sind innerhalb eines Errungens Tipps. Ja, das ist der Käpt'n. Okay, zumindest dieses Jahr, es ist mir egal, aber zumindest dieses Jahr. Ist nochmal perfekt. Ich hab Tränen in den Augen, holy Scheiß. Oh mein Gott! Sie haben es endlich getan! Vielen Dank. Splatoon 2,更に盛り上がっていきそうですね. Go期待ください! Nintendos Direct today, we have another video. Ok. Das ist ein Esspatrone. Das sieht so geil aus, ja? Oh nein! Nein! Oh mein Gott! Das war Brother von Wildlink! Dieses Jahr? Oh mein Gott! Was habe ich für die Trainern auch ohne Scheiß? Oh! Oh mein Gott! Ach du heilige Scheiße! Nicht nur Smash Brothers für die Switch und auch noch die Octolings mit... Die Inklings mit dazu! Ach du Scheiße! Ah! Oh! Oh! Ich... Oh! Ich muss erst mal wieder zu Sinn kommen ohne Scheiß! Was? Das ist der absolute Wahnsinn! Und... Splatoon... Die Erweiterung? WTF? Wo ist das? Und... Ah... Gucken wir's... Gucken wir's nochmal den... Gucken wir's nochmal an ohne Scheiß! Zumindest nochmal diesen ersten Trailer da! Jetzt ein Wort aus dem Squid Research Lab! Ja klar, 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 klar! Und neue Songs! Und neue Songs! Das ist richtig gut! Aber ich mag... Ich mag die... Die Design! Sieht richtig süß aus, die Kleine! Und guck dir diesen Hüftschwung an! Wow! Böse! Ah ich frag mich... Ok... Der... Der Kapitän? Und dann noch ähm... Ähm... Perla und Marina? Was die wohl... Was die wohl damit zu tun haben? Pfff... Und wer zum Fax an ihr? Ob das andere Agenten sind oder... Weil sie ist ja Nummer 8! Und... Ähm... Wir waren Nummer 4! Genau da! Gerade eben das war... Wir waren Nummer 4! Und das da! Wollen wir da geheilt? Das war ja so... War ja so grün überall! Würden Verletzungen gewesen sein! Das ist ein... Das ist ein Trainingslager! Das ist ein Trainingslager! Das ist ein Trainingslager für Agenten! Das ist ein Trainingslager für Agenten! Schätz' ich mal! Und ich find's so geil, dass man da gleich den Oktolink für den Multiplayer freischaltet! Ich mach' diesen... Ähm... 90er... Ne... Ähm... Ähm... 70er, 80er... Ja... Ja... Oder 60er?! Ich hab' keine Ahnung... Und zumal diesen Retrolook! den liebe ich so, wie das Octo da ist und dann noch eine Expansion da drunter also ein Neon, ah, so geil natürlich wissen wir das zuerst müssen wir das Hauptspiel haben um das runterzuhalten zu können, das ist Standard das und Smash Brothers wow scheiß auf dem das ist auch cool, aber endlich geben die uns auch zu links und dann haben wir noch Smash Brothers noch dieses Jahr ich glaube, die machen es dann wirklich so, sobald wie heißt das sobald sie hier das kostenpflichtige online machen das soll ja auch im Herbst Herbst, Winter soll das glaube ich kommen dass sie da dann hier Smash Brothers rausbringen es macht zu viel Sinn um um nicht, äh, um um falsch zu sein ah, so cool ah, so cool also, ähm okay, ich hab ja gesagt ich guck mir noch mal den amerikanischen an dadurch, dass hier jetzt auch vieles, ähm, englische Stimmen hatte kann es natürlich sein, dass es danach nichts mehr kommt deswegen werde ich jetzt schon mal sagen vielen Dank fürs Zuschauen könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben was ihr davon haltet und, ähm wenn es da noch irgendwas kommt Na gut, dann sehen wir uns ja gleich wieder also tschau tschau bis eventuell gleich ja so zum nächsten Mal und ja wie ist das so ist das so es ist es das Oh, wie cool! Das sollen die auch hier rausbringen. Ah, Superstar. Und die zwei Musik. Was ist es doch? Es gibt irgendwelche Unterschiede. Oh, was ist das? Wenn es jemandem generell geht... ...ist zu bekommen, wird die Geschichte werden verändert. Der 게임 ist ein Elisabethmix, der Timeline-Battle. Sie müssen ein Instrument für das Wettbewerb anwenden und die Dinge benötigen. Gehen Sie, wie man ihn empfangen kann! Er erinnert sich gleich lang, was die Kraft zu tun ist. Er soll für einen Erfolg, der Preis ruft! Er soll die Rettung der Timeline im Alltag führen! Natürlich sind in der Serie von üblichem Waffen und Art und Art, Es gibt auch noch viele Leute, die sich mit den neuen Spielern verändern können. Sie werden auch die Saga-Serieze-Seite ausführen, sondern auch ausführen. Saga Scarlet Grace, die Heerlöme des Jahres 2018 war, im Jahr 2018. Einfach nur eine kleine Runde von PSO2-Cloud. und die Prologen zu den Prologen werden. Phantasy Star Online 2? In den Prologen, die in den PSO2-Cloud, die nur für Nintendo Switch, die für die 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 Nintendo Switch, die die Zellen-Werbung, die mit dem Link und den Kostüm, die mit dem Linken und den Muster-Sworden, die mit dem Linken und den Kostümen, die mit dem Hylia-Axessori, Ich wusste nicht mal, wo es noch Fantasy Online gibt. Ach, Golf-Story! Okay, gut. Das kennen wir. Das ist aber uns doch schon draußen. Der geht, dass die Spieler die Fans ein. Das ist ein paar Gute. Die Flügel ist ein, was es so cool. Das ist ein Führer. Wir haben ein Führer. Wir haben ein Führer. Wir haben ein Führer. Wir haben ein Führer. Man muss man einen Führer. Was geht's? Wir haben einen Führer. Das ist eine gute Idee. Gehüter und die Erfahrung. Das ist ein grosser Mann. Die Frau und ihre Freundin? Eine Gefahr? Das ist ein Problem? Wie kann man alles überwunden werden? Die Golf-Storie wird nach diesem Video bezeichnet. Freunde, wow. Okay, gut. Also ein paar Überraschungen hatte der japanische Direct doch noch zu bieten. Ich meine, fett ist der Online 2? Cloud. War definitiv die größte Überraschung. Ansonsten muss ich sagen, der englische war exakt wie unsere, deswegen da gibt es keinen Unterschied. Das habe ich mir schon gedacht wegen der englischen Stimme und so weiter. Anstatt nur halt Untertitel war da halt eine Stimme, die da drüber gequasselt hat. Ansonsten? Also, war zu erwarten. Kein Animal Crossing, blablabla. Aber Smash Brothers? Geil. Absolut geil. Uhu. Das wird noch ein gutes Jahr. Das wird noch ein sehr gutes Jahr. Also, okay. Gut, dann hoffe ich mal, hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Ja, und wie ich schon vorhin meinte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Euren Frust rauslassen, dass immer noch kein Animal Crossing angekündigt wurde für die Switch. Eure Freude rauslassen, dass endlich Smash Brothers angekündigt wurde für die Switch. Und, äh, ja. Wir sehen uns dann also hoffentlich beim nächsten Mal. Also dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Arrivederci. Ciao. 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 . Ciao.